Das Siezen muss weg, findet zumindest Schauspielerin Maria Erich. Die 25-Jährige ist durch die Filme Robin Rot, Saphir Blau und Smaragd Grün bekannt geworden und erklärte jetzt gegenüber Bunte, Ich finde, das Duzen sollte generell eingeführt werden. Das ist doch gleich viel persönlicher. Zuletzt war Maria Erich in den USA und in Kanada unterwegs und da ist ihr wohl aufgefallen, dass es im Englischen den Unterschied zwischen Du und Sie einfach nicht gibt, weil alle einfach You sagen. Und so schwärmte sie, das fand ich schön, weil sich die Menschen gleich näher kommen. Also, wer Schauspielerin Maria Erich gerne näher kommen will, darf sie ab sofort gerne hemmungslos duzen.